Musik Nach 800 Jahren Stadtgründung ist es endlich druckfrisch erhältlich. Das Buch, in dem 80 Persönlichkeiten der Stadt über ihre Heimat Everding schreiben. Bei der Faustball-EM in Italien sicherte sich das Team Österreich von Teamchef Martin Weiss die Silbermedaille. Am Ende unterlag man Deutschland in fünf Sätzen. Die Spielwerfer der Igler Longlife brillieren bei den Staatsmeisterschaften in Reuthe-Tirol, Christina Gange holte sich den Titel und Ludwig Schweiger belegte Rang 2. Die Ausstellung »Wie Wohnen im Mostlandlhaus Ruck« in Päuerbach-Stiegen beschäftigt sich mit dem Thema leistbares Wohnen. Diese Ausstellung, so der Obmann der Liederregion Mostlandlhaus Ruck, Martin Dammeier, ist auch ein Diskussionsforum für die interessierte Bevölkerung. Der ÖGB-Grißkirchen Everding fordert bei der Betriebsrätekonferenz in Wien ein Ende der Kostenexplosion, vor allem bei Lebensmitteln, Treibstoff, Gas oder Strom. Der Rotary Club Grißkirchen freut sich über die neuen Mitglieder Thomas Altendorfer und Helmut Samhaber. Insgesamt besteht der Club nun aus 56 Herren.